Hey, ich bin's, Blippi. Und seht mal, wo wir sind. Ja, heute sind wir am Leavenworth Ski Hill in Leavenworth, Washington. Ein richtiges Winterwunderland. Und wir werden uns heute im Schnee vergnügen. Los geht's! Wow, das war ein Riesenspaß. Wow, habt ihr das gesehen? Yeah, ich bin mit dem Gummireifen da runtergefahren. Aber der Hügel war nicht so groß. Aber hier ist ein größerer Hügel und es gibt eine Maschine, die uns raufzieht. Denn dann müssen wir nicht bis nach oben laufen. Das zeige ich euch später. Doch zuerst, das ist ein Gummireifen. Wow, dieser Reifen hat einen roten Schutzbezug. Wow, er schützt den Gummireifen. Der eigentliche Reifen ist schwarz und innen aus Gummi. Seht ihr? Und dann gibt es noch diese Leine hier. Und diesen Ring hängt man an den Haken dran. Und dann wird man auf den Hügel gezogen. Wow! Sehen wir es uns an! Okay, seht mal her. Diese Maschine, ja, das sind Kabel und Rollen. Kommt, seht es euch an! Wow, seht ihr, wie sich die Rollen drehen? Das liefert die gesamte Energie und die Kraft für die Haken. Die da! Die ziehen die Reifen und die Menschen den Hügel hinauf. Okay, lasst uns mal einen einhängen und sehen, wie der Gummireifen abzieht. Wow! Okay, spielen wir ein Spiel. Zählen wir, wie viele Reifen wir sehen. Okay? Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier Reifen! Okay, gut gemacht. Wir haben gerade bis vier gezählt. Jetzt hätte ich noch ein Spiel für euch. Es ist ziemlich einfach. Welche Form hat dieser Reifen hier? Hm, es ist kein Viereck. Ist es ein Dreieck? Nein, er hat die gleiche Form wie ein Rad. Ja, es ist ein Kreis. Juhu! Gut gemacht! Hey, seht her! Wisst ihr, was das ist? Das ist eine schwarze Gummimatte. Die ist echt schwer. Und das da ist ein grauer Teppich. Ja, vielleicht habt ihr so einen ja sogar auch bei euch daheim. Ja, die Matten und Teppiche liegen auf der Reifenpiste, um euch etwas abzubremsen. Weil ihr sonst vielleicht zu schnell seid und über einen Hügel fliegt. Ohohoho, kommt schon! Okay, es geht los! Wow! 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 Hatten Sie gesehen, wie schnell ich war? Das war super. Wow, seht doch mal. Was eine coole Maschine, oder? Das Tolle an Ski Hill sind diese richtig coolen Maschinen, mit denen man hier rumfährt. Wow, gehen wir hin. Wow, seht ihr das? Ja, das nennt man eine Kette. Ja, es sind Ketten am Fahrzeug. Interessant. Meistens haben Fahrzeuge Felgen und Reifen, aber dieses nicht. Dieses hat Ketten. Damit gräbt es sich in den Schnee und kann nicht hin- und herrutschen. Sehen wir es uns an. Oh, rückwärts. Ja. Oh, let's do it. Wow, seht mal. Seht ihr, was ich tue? Ja, ich fahre Fahrrad. Ist das nicht verrückt? Ich fahre Fahrrad im Schnee. Ja, eigentlich fährt man Rad auf Straßen und Erde und Asphalt. Aber seht mal her. Seht ihr diese Fahrradreifen? Ja, sie sind so breit und groß. Wow. Die sind viel breiter als ein normaler Fahrradreifen. Ja, diese Reifen heißen Fat Tires. Die greifen gut im Schnee und dann kann man nicht wegrutschen, okay? Wow, dieses Rad hat ein gutes Profil. Es geht los. Wow, das ist Schnee. Wow, und er ist wirklich kalt. Jetzt, wo es draußen kälter wird, Mütze auf und Handschuhe an. Drum trägt den heißen Kakao auch gleich aus. Ohoho, entschuldigt mich. Hahaha. Jetzt, wo es zu schneien beginnt und jeder Spaß dran hat, wir holen das Snowboard raus und ab geht die Fahrt. Hey, los geht's! Es ist Winterzeit, Schnee fällt leise auf jeden Baum. Zieh dich warm an, ja, dann frierst du auch kaum. Schneeball und Schneeengel sind schnell gemacht. Familie und Freunde machen mit. Ein verschneiter Winter. Holen wir uns ne Schneeausrüstung! Wenn der Schnee den Boden bedeckt, dann wär ein Schneemobil perfekt. Ja, es hat hier dann dieses Gefährt, damit es schneller fährt. Es ist Winterzeit, Schnee fällt leise auf jeden Baum. Zieh dich warm an, ja, dann frierst du auch kaum. Schneeball und Schneeengel sind schnell gemacht. Familie und Freunde machen mit. Ein verschneiter Winter. Ein verschneiter Winter. Ein verschneiter Winter. Wow, es war so lustig, heute mit euch im Schnee zu spielen. Wow, ich liebe die Jahreszeiten. Jep, und der Winter ist eine so tolle Zeit im Jahr. Nun, das ist das Ende dieses Videos. Aber noch viele andere meiner Videos findet ihr dann, wenn ihr Blippi eingibt. Buchstabiert ihr meinen Namen mit mir. B-L-I-P-P-I-Blippi. Gut gemacht. Okay, bis demnächst. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.